Alter, das sieht voll bewohnt aus. Jetzt ging da die Tür auf, Alter, mein Herz. Hallo? Wohnt hier jemand? Alter, das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben, Leute. Das ist echt ewig. Okay. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu einem neuen Video. Zusammen mit mir, Berkant und mir, Leon von LeonTV. Das wisst ihr wahrscheinlich, weil ihr hier auf meinem Kanal seid. Leute, wir sind mal wieder auf einer Tour unterwegs, ja. Oder eine Eintagestour eigentlich nur, ja. Also mit einer Übernachtung, um genau zu sein. Ich freue mich, Leute. Es wird richtig gut. Und wir sehen uns, sobald wir jetzt gleich bei der ersten Location sind. So, Freunde. Da sind wir auch schon. Man sieht es, wir sind hier in einem relativ bergigen Gebiet sogar. Dieses Ding soll es sein, ne. Oder vielleicht auch da vorne. Also hier sieht es schon ein bisschen lost aus. Da allerdings nicht. Das ist auch neu gestrichen worden in Rot. Wir werden es auf jeden Fall jetzt auschecken gehen. Und es soll sich dabei um eine alte Drahtseilfabrik handeln. Das ist so heiß. Das ist richtig heiß, ne. Ich glaube, das liegt an mir. An dir? Ich bin mir nicht sicher, ja. Ja, ich bin mir auch sicher, das liegt an dir. Mhm. Weil ich so hot bin. Kurze Frage. Wie hattest du dich vorhin eigentlich vorgestellt? Hast du dich mit Bergkant oder Eckkant vorgestellt? Ja, jetzt fängt das hier schon an, ey. Das fängt sowas von an. Also man sieht, ey, mit den Felsen hier und so, das sieht richtig, richtig geil aus. Habe ich Drahtseilfabrik gesagt? Ich meinte auf jeden Fall Drahtfabrik, nicht Drahtseilfabrik. Lebensgefahr betreten, verboten. Kunstschmiede, Schlosserei. Also hier war wohl auch direkt eine Schmiede mit drin. Also ich gehe davon aus, dass die hier metallische Sachen in irgendeiner Art und Weise geformt haben. Und ja, zum großen Teil eben für Drahte produziert worden sind. Da hat es auf jeden Fall gebrannt, wie man sehen kann. Findest du auch, das sieht immer so gruselig aus, wenn es irgendwo gebrannt hat? Ja, auf jeden Fall. Polizeiabsperrung? Alter. Äh, Alter, da oben wohnt jemand. Das kannst du dir nicht ausdenken, da oben wohnt jemand. Also Real Talk, da oben sind Fenster, wo jemand wohnt. Also es ist kein Spaß, wer wohnt denn? Alter, kann ich mir nicht vorstellen. Was denn? Guck mal, da oben wohnt jemand, Mann. Nein, der war, oder? Doch, guck mal, die Fenster sind offen, da ist richtig Deko dran. Hä? Ah, das kann doch auch alt sein, einfach. Meinst du? Oh, ja. Hier, da sind wir Polizeiabsperrungen, da genauso. Komm, wir gucken mal. Oh, scheiße, ja, perfekt, ne? Ja, kurze Hose, weil es so heiß ist und erstmal schön brenn es dann. Gucken wir uns das erste Mal das Haus hier an. Alter, wie krass ist das denn? Alter, guck mal, hier ist komplett der Berg. Also das ist heftig. Theoretisch kann man da einmal durch, ja? Ich weiß nicht, willst du einmal gucken? Also das ist schon wieder so eine Out-of-Comfort-Challenge. Seht ihr diese riesigen Spinnenbeben hier überall? Und hier ist so eine Bergspalte. Ey, komm. Geht's da runter? Komm, ich guck jetzt, ey. Scheiß drauf. Hallo Spinnen, bitte nicht angreifen. Okay, warte. Gut, dass du es gesagt hast. Jetzt werden sie dich in Ruhe lassen. Ja, da geht's auf jeden Fall, da droppt's runter. Ja. Das sieht man. Boah, okay, boah, das war nur ein Blatt, was sich bewegt hat an der Wand. Ich dachte, das ist eine Riesenspinne. Ja, es droppt auf jeden Fall weit runter. Okay, schade, schade. Hier sieht man die Polizeiabsperrung. Ja, und das ist so das, was mich ein bisschen stutzig macht hier, ne? Hier ist halt so ein Tor mit einem Schloss. Gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Boah, ich dachte, ich dachte, ein Hund hätte... Oh, ey, ich dachte, ein Hund hätte gebellt, ey, scheiße. Das sieht schon interessant aus, Leute. Da vorne steht auch so ein alter Gabelstapler. Hier unten auch da drin. Also, es ist spannend, es ist spannend. Ich würde mir sehr gerne reinziehen. Scheiße, oh. Komm, let's go. Ah stimmt, deswegen ist das hier abgesperrt. Guck mal, gewesen. Yo, pass auf, lass uns einmal... Ah, gut, scheiße aufs Auto. Ja. So, an der Polizeiabsperrung vorbei. Hier ist auch so ein kleiner Weg. Alter, da oben steht schon die Tür auf. Ist ein bisschen creepy. Wie in so einem Videospiel, so, ey, man muss hier... Also, da muss man auch wirklich aufpassen, ne? Nicht, dass man irgendwo hintritt, was gleich abrutscht. Alter, das sieht voll bewohnt aus. Vielleicht wohnt hier oben. Jetzt ging da die Tür auf, Alter, mein Herz. Vielleicht wohnt hier doch jemand? Wer geht vor, ist die Frage. Ich kann vorgehen, wenn du möchtest. Aber man kann sich auch irren. Aber man weiß es nicht. Scheiße. Hallo? Wohnt hier jemand? Hallo? Fuck, Alter. Ja, nee, das ist nicht gewohnt. Guck mal, wie das hier alles schon am Gammeln ist. Wer weiß, guck dir mal die Blumen da oben an. Sieht ein bisschen... Ja gut, die sind auch schon ein bisschen verwelkt, aber... Hallo? Wohnt hier jemand? Theoretisch kann hier auch keiner wohnen, wenn das Erdgeschloss einfach komplett niedergebrannt ist. Das könnte ja hier die Sekunde einstürzen. Ach du Scheiße, boah. Ich mach mir eigentlich mehr Gedanken wegen des Brandes unten runter. Da hinten ist so ein Katzenbaum. Okay. Also hier hat auf jeden Fall eine alte Frau gelebt. Das ist klar, weil an der Tür steht der Name Christel. Das hier noch zu viel drin rumsteht, ey. Achtet wirklich ein bisschen auf den Boden, ne? Ach du Scheiße. Ja. Okay. Alter, das ist ja wirklich eine Messebude gewesen. Oder halt mittlerweile haben die Leute das so zerrümpelt, ne? Hier ist ein Kalender von... Steht kein Datum. Boah, aber... Boah, das ist echt krass, du hier noch die ganzen Bücher... Also... Okay, das war ich. Alter. Der hat darauf getreten. Das ist so... Das ist ja ein Abwehrmechanismus, oder? Alter, so eine crazy Person, die hier lebt und dann auf einmal so eine Falle, ey. Ich finde das gerade krass, wie viel hier noch drin ist, irgendwie. Ich finde, das riecht auch ein bisschen wie nach totem Tier, oder? So ein bisschen. Wer weiß, was hier schon drin gestorben ist. Okay, wir gehen mal weiter. Was ich interessant finde, ist die Art und Weise, wie hier gestrichen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war früher total in. Dann hat man mit so einem Schwamm den in Farbe getrunken. Ah, einfach so. Bei meiner Oma haben wir es auch gemacht. Ach so, cool. Hallo? Alles gut. Kann ich das hier mal jetzt sagen? Ne, ich glaube auch nicht, aber trotzdem sicher ist sicher. Mit dem Brand mache ich schon mal mit Gedanken. Mal komm, hier der Boden fühlt sich ein bisschen weird an. Das glaubst du nicht, ey. Sieht man was auf dem Bett? Weiß ich nicht. Ja, ja, hier waren auf jeden Fall wahrscheinlich sogar mehrere Katzen. Ja. Das sieht halt richtig runtergerockt aus, ne? Boah, eklig. Auch die Fliegen hier. Guck mal, hier neben der Toilette. Also erstmal, ich finde das schon eklig mit diesem Teppich auf der Toilette. Und dann noch dieser Aschenbecher mit Zigaretten da drin daneben, ey. Wie viele Sachen hier noch rumstehen, ey. Wie ist es deine Leiter, die auf dem Dachboden geht? Oh mein Gott, was? Okay, yo, Tatsache. Das noch. Das ist echt unheimlich. Boah, schau mal, vergleich, kommt jemand heim so? Okay, das sieht richtig creepy aus. Vor allem das Stockdust da oben, ne? Ja. Stockdust da, ey. Wir gehen noch vorbei. Boah, hier ist echt noch viel. Boah. Wäre der Ort nicht so verwüstet, wäre das echt ein geiler Ort, glaube ich. Man sieht, dass es nicht allzu alt ist. Also ich gehe davon aus, dass das nicht älter als fünf Jahre sein wird, ne? Ich denke auch. Anhand so der Gegenstände, die man hier findet, die Designs, der Objekte. Hier sieht man auch noch so alte CDs und alles Mögliche. Also ich gehe davon aus, dass hier einfach eine Frau verstorben sein wird. Die Frage ist halt, warum ist dann der Ort wieder verlassen, ne? Wir sagen ja VIP-Ticket. Ihr seid eingeladen. Wahrscheinlich ein Hochzeitsticket hier an der Stelle. Hier auch noch so alte amerikanische Firetrucks ausgestellt. Wer weiß, ob die noch einen Wert haben, ne? Das ist ja echt krass. Manchmal so Sammlerstücke unterschätzt man richtig. Und guckt mal, wie gut die erhalten sind. Offensichtlich hat die Dame, die hier gelebt hat, auch sehr gerne geraucht, ja? Feuerzeug, Zigaretten. Ja, auch noch. Das geht sogar noch. Funktioniert sogar noch. Also es wird nicht länger als zwei, drei Jahre her sein dann. Echt? Ja, bin ich mir sicher. Das sieht zwar verwüstet aus hier, aber es sieht trotzdem so neu aus alles. Also es ist nicht dieser typische Lost Place, wo du reingehst und so richtig die Zeitgeschichte siehst. Also ich glaube, hier hat einfach ein älterer Mensch gewohnt. Auf jeden Fall eine alte Katzendame. Guck mal, hier noch mal so eine Katze draufgeschickt. Ja, ja. Hier ist sie irgendwann umgestiegen auf E-Zigaretten. Alter, der geht sogar noch. Guckt euch das an. Hier ist ein Taschrechner, der noch funktioniert. Krass, Alter. Also das hätte ich nicht gedacht, ne? Oder ist so ein Ort jetzt als Ernst? Ist wirklich so. Wer weiß, was man hier alles noch findet, wenn man hier alles in Ruhe mal durchschaut, ne? Ja. Was ist das, Alter? Das sieht aus wie so ein Tütchen Cannabis oder so. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Hier noch. Oh, ich Katzenleckerlis. Lecker. Können wir doch mitnehmen für dich auf Tour, Bergkant? Ja? Genau, richtig. Da ist auch noch mal ein Bett. Warte, warte, hatten wir schon? Da war auch ein Schlafzimmer. Ja, ja. Aber vielleicht Enkelkinder oder so. Das kann natürlich sein, ne? Ja, aber da sieht so ein bisschen... Also meine Oma hat auch bei sich in der Wohnung, hat sie noch zwei weitere Schlafzimmer, weißt du? Lebt trotzdem noch alleine. Weil hier ist auch Happy Birthday. Sie wurde zu Hochzeiten eingeladen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie komplett alleine war und keine Familie hatte, ne? Trotzdem ist es natürlich umso verwunderlicher, warum dieser Ort dann so verkommt hier. Alter, ich glaube, oh, ich habe echt Angst davor. Oh, nein. Oh, Alter. Oh, Alter, das sind alles Maden. Ey, traust du dich, die Dinger aufzumachen? Boah, das stinkt, ne? Das hat mich auf einmal getroffen. Mach auf, ich mache die Dinger auf. Okay. Alter, das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben, Leute. Das ist echt eklig. Oh, Alter, Alter. Alter, ist auch irgendwas drin, ne? Ja, so Tupardosen, also wer weiß, was da vergrammelt. Oh, shit. Jetzt hat er Vandalismus, ey, scheiße. Ja, komm, komm, da sind Maden dran. Das kannst du auch nicht. Wir haben hier geschrotten. Oh, Fleisch. Okay. Weißt du, letzte? I'm out. Letzte? Komm, es ist auch so. Nusspafilets. Alter, das ist hier nur so den Viechern überlassen, ne? Ja, das war's eigentlich auch schon. Jetzt kommt eigentlich nur auf der Dachboden, Alter. Ja. Da hab ich Angst. Da kannst du jetzt vorgehen. Boah, du bist jetzt will ich leuchten. Da steht einer. Boah, Leon. Der glaubt auch alles, ne? Ich geh raus. Also, Leute, man sieht hier wahrscheinlich kaum was. Ich sehe selber kaum was. Hier ist alles nur voller Zeug. Also, gerümpel, ne? Hier ist nichts mehr. Brauchen wir jetzt nicht hoch. Und es ist eine höllische Hitze da oben. Berghand? Oh, jetzt erschreckt der mich. Berghand? So ein Arschloch. Betten hier hinter der Badezimmertür. Ne, okay. Der ist wirklich rausgegangen. Der ist wirklich rausgegangen. Okay. Du bist doch. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Scheiße. Ich dachte, du wärst raus, ne? Weil ich hab mir in der Badezimmertür geguckt. Ich hab's gehört. Alter, Alter, ey. Okay. Das warst du davon. Die Leute haben schon gesagt, ich soll weniger Jumpscares einbauen. Perfekt. Ja, hier unten ist halt die Wohnung, die abgefackelt ist, ne? Aber da kommst du nicht mehr hin. Ne, da würde ich auch keinen Fuß rein setzen, ne? Ne, ne, ne. Das ist auch, guck mal, ihr seht, wie schwarz die Fenster sind. Also, da brauchen wir es gar nicht erst probieren, ne? Weißt du, was auch sein kann? Dass die Person, die da oben gewohnt hat, die gute Christel, dass die wegen des Brandes umziehen musste. Oder da ausziehen musste zumindest. Trotzdem frage ich mich natürlich, warum lässt man so viele persönliche Gegenstände zurück? Nachdem der Brand gesichert wurde, konnte dir doch aber theoretisch ihre Sachen da raus holen, oder? Ja, das... Ich weiß es nicht. Das kann wirklich sein, dass da... Ja, kann natürlich sein, dass die evakuiert werden musste, ne? Und das dann gesagt wurde, ey, sorry, aber du kannst da kein Fuß mehr reinsetzen, weil es ist so einsturzgefährdet oder so. Auch so. Könnte ich mir vorstellen, gerade in Deutschland, weil die ja nochmal ein bisschen gesondert aufpassen da, ne? Ja, sie sehen wenigstens die Sachen draußen vor der Auszeit, die die auch mitnehmen können. Ja, das ist schon komisch irgendwie. Oder wirklich ein Todesfall. Es ist so heiß. Es ist so heiß. Ey, und die Location war leider nichts, ja. Wir haben im Winter danach geguckt, es sollen direkt Anzeigen verteilt werden von der Stadt direkt. Und man soll halt nicht reingehen und so weiter. Und dann machen wir es natürlich auch nicht. Und deswegen fahren wir jetzt weiter, ey, und wir brauchen unbedingt was zum Abkühlen, ne? Wir müssen gucken, wo ein Fluss... Hier ist ja eigentlich ein Fluss. Aber da kommst du ja nicht hin. Wir brauchen auf jeden Fall einen Fluss, einen See oder sonst was zum Abkühlen, ey. Und ohne Scheiß, das wäre jetzt richtig, richtig geil. So, nächste Location. Ein altes Schullandheim. Mitten im Nirgendwo. Schöne Natur hier allerdings. Ich weiß nicht, ob es was ist, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Nummer 1, was mir auffällt, ist, dass hier alles voller Raupen ist. Und das werden höchstwahrscheinlich die Eichenprozessionsspinner sein. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber schaut euch die mal an. Hier ist alles voll. Seht ihr die ganzen Spinnnetze? Also es sieht aus wie Spinnnetze. In den Büschen. Das sind alles Eichenprozessionsspinner. Eigentlich sollte ich gar nicht so nah an die rangehen. Weil die eben hier Härchen haben, die für den Menschen giftig sind. Und auch über die Luft und den Wind weggeweht und übertragen werden. Aber ihr seht, hier ist alles voll. Alter. Also durch die Büsche können wir hier nicht. Und da vorne seht ihr, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht zählen. So viele Schilder betreten, verboten, videoüberwacht. Da hinten mit Bewegungssensor, NATO-Draht. Ja, also ich weiß nicht, warum man so einen Ort so heftig absichert. Aber Leute, das heißt, dass der Ort auch nichts ist. Zumal, selbst wenn da jetzt außenrum irgendwo ein Eingang wäre, mit den Dingern hier in den Büschen, will ich hier auf jeden Fall nicht durch die Büsche laufen. Also du kannst den Los Place von da ein bisschen besser sehen. Sieht auf jeden Fall echt runtergerockt aus. Ja, ich denke, deswegen ist es aber auch so gut abgeschwert, weil die nicht wollen, dass da irgendwer reingeht und das einstürzt, weißt du? Ja, ich glaube, da hat es auch gebrannt. Also, weißt du, als wir das laute Geräusch gehört haben, ist es auf jeden Fall ein Reh, weil ich bin da echt richtig weit. Ja, ja, und dann gucke ich da so, ich höre das wieder. Ich so, hä, ist da gerade jemand irgendwie, der zum Los Place runtergeht. Und dann stand der vielleicht, keine Ahnung, 10 Meter in Richtung Los Place zu mir, hat mich so angeguckt. Und dann ist er weggerannt. Ach du Scheiße. Ja. Aber da sieht man mal, wie krass manche Orte abgesperrt sein können. NATO-Draht, ey, da waren bestimmt 10 solche Schilder. Komplett drum, ne? Also auch als ich da hochgehört habe, da war auch überall NATO-Draht. Überleg mal, was die sich an Mühe gemacht haben. Gut, könnte ranliegen, hier ist auch direkt ein Kindergarten neben, ansonsten ist hier nichts. Ja. Vielleicht auch, damit die Kinder hier da nicht irgendwie, gut, ein Kindergarten, da können die Kinder nicht wie bei der Schule irgendwie spazieren gehen, ne? Ja, aber trotzdem, ja. Gut, aber trotzdem, wenn da was passiert, ne? Gut, alles klar, wir fahren weiter. Ich weiß gar nicht, was die nächste Location ist, aber wir lassen es mal überraschen. So, Leute, nächstes Ding. Es soll sich hierbei um eine alte Ziegelei handeln, wo allerdings der Nachbar sehr aufmerksam ist. Lass mal weiterlaufen. Ach, krass, okay. Oh, hier sieht man noch ein bisschen die ganzen Maschinen und so, ja. In die Richtung geht das ja auch noch. Hier, das war, das ist eine riesengroße Waage, sieht das aus. Da ist auch so ein Schild dran mit Wagenfabrik. Okay. Alter, pass auf, da bricht der Boden schon zusammen, ey. Okay, krass. Ja, gut, aber wie du schon sagst, ey, das ist eine übelste Baustelle. Ich weiß nicht, ob das wert ist, das zu riskieren, Leute. Auch mit dem ganzen Sand, der hier liegt. Ich weiß nicht, wie der Boden hier ist, weil man sieht es halt auch nicht wegen des Sandes, ne? Aber ihr seht, wie rostig das ist. Also das ist so ein Ding, das ist prädestinierter für jeden Moment einzustürzen. Und vielleicht habt ihr meine Reaktion gesehen auf wieder den Unfall im Lost Place. Und irgendwie ist das hier genau so ein Ding, welches gefühlt jeden Moment einstürzt. Ich meine, ihr seht schon, wie selbst die Zegelsteine an den Wänden fallen langsam auseinander und werden brüchig. Auch die Feuchtigkeit kommt rein in das Ding, ne? Weil das ganze Dach kaputt ist. Ist auch schon kein gutes Zeichen. Ah, okay. Ich verstehe. Ach, solche Steine waren das. Okay. Sind ja nicht die typischen Ziegelsteine, die man kennt, sondern eher, ja, diese weißen, ne? Das ist doch hier lang, Alter. Bist du da wieder hoch? Da ist der Zaun, da kommst du nicht lang. Das ist der Zaun gewesen. Also ich gehe da vorne, ich habe auch keinen Bock zu klettern. Aber sonst sehen wir uns auf der Straße wieder, alles gut. Der beginnt von einem Horrorfilm, Leute. Jetzt, so sahen sie sich nie wieder. Er kann, wo bist du? Er kann. Immer wenn man in der Nähe von so, man verlassen den Ort ist, ich lächle die an und der guckt so. Ja, der hat doch vielleicht so genickt wenigstens. Echt? Ja. Okay, habe ich nicht gesehen. Vielleicht hat er dich bloß angeguckt. Ey, der zu mir hat er nicht gesagt, der hat zu mir genickt. So, hallo. Missig. Ja, zu mir nicht. Der hat meine Beine gesehen. Er so, oh, der ist so hübsch. Ja, das ist glaube ich auch, dass er sich das gedacht hat. Der wollte dich bestimmt haben heute Abend. Im Bett. Wenn er gefragt hat, hat er sich ja gesagt. Glaube ich dir sogar. Hallo Zuschauer. Und du bist krank. Wir haben einmal Flusswasser getrunken mit so einem Strohhalmfilter. Da waren Kohleaktivfilter, Aktivkohlefilter drin. Und wir sind beide so krank geworden wie noch nie. Weil wir aus dem Fluss gesoffen haben. Oh, Leute, wir brauchten diese Abkühlung, ne? Ja, wir, genau. Wir brauchten die Abkühlung auch. Das war auch wirklich leicht hier rein. Also, ich habe mich gar nicht angestellt. Nee, nee. Können wir dann komplett, die Aufnahmen können wir dann auch zeigen. Welche Aufnahmen? Wir haben doch jetzt erst aufgenommen. Oh, ist das kühle. Komm, wir fahren doch wieder. Boah, bei mir reicht das schon, wenn ich mich abkühlen. Angst, dass da was ist. Trau mich nicht. Ist schon kalt, ne? Eigentlich muss man direkt weinspringen. Deo mit, hast du Deo mit? Ich habe nur einen Roller mit. Ah, ja. Am Wasser riecht er. Oh, es ist kalt, Leute. Oh, Leute, geil. Als ob dir nicht kalt ist. Jetzt nicht mehr. Schön. So, abgekühlt. Jetzt können wir weiterfahren. Ja, mach mich nass. Let's go. Bei 5000 likes Schubs hin. Das ist die Strafe, dass du nicht hierher gekommen bist. Das riecht nach Flusswasser. Das ist auch irgendwie nach Döner. Genau. So, Freunde. Jetzt muss es schnell gehen. Wir sind hier in der Wohnsiedlung. Das ist krasser als erwartet. Er spricht gerade mit ihm. Ich mach mich aus. Ich mach mich aus. Nicht, dass du die Polizei ruft. Das ist genau die Fingerkuppe, ne? Ja, die leuchten noch raus. Die haben uns angeleuchtet. Ich mach mit demriminalen. Ich mach dich. Ich mach mich. Untertitelung des ZDF, 2020